Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Dauntless. Ja, gestern haben wir uns ja, ich nehme an, es war gestern, haben wir uns ja dieses Hammer-Bild angesehen, das absolut reinhaut, wo wir einen im Stunlock halten können und so weiter. Natürlich gibt es auch Monster, wo das nicht so gut funktioniert oder euch fehlt vielleicht noch so ein bisschen der Skill oder ihr sagt, es ist mir eigentlich zu stressig, ich habe keinen Bock so in der Gruppe zu spielen oder sowas oder auch nicht solo zu spielen, ich will auch immer getroffen werden und es darf nicht alles in die Hose gehen. Ihr wisst natürlich die Antwort, was müssen wir dafür machen. Wir müssen Eisgeboren einbauen und da habe ich zwei Bilds für euch vorgestellt. Alarm, 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 Raubtier, ich weiß, wir gehen gleich noch drauf ein, warum Raubtier oder warum auch nicht. Ja, wie gesagt, ich habe zwei Bilds vorgestellt, bei dem zweiten Bild könnt ihr dann auch ein bisschen durchwechseln. Also wir spielen hier wieder mit der Vernunftsprüfung, wir spielen mit Eisgeburt und Raubtier. Hier mächtiger Landbrecher, erweitertes Magazin Stalkerspreis, Schattensicht mit Disziplin, borealische Entschlossenheit, Eisgeburt, Torgadorusmuskeln mit Überwältigung, Dornenschritt mit Katalysatorzelle, Drask Auge mit Katalysator und wichtig natürlich hier Prügel-Elixier, Raserei-Elixier und Überfall-Elixier. Ihr könntet auch Shrikes-Laterne mitnehmen, um den Speed in der Gruppe noch weiter zu erhöhen. Ihr könntet es auch mit vier Leuten so machen, mit Eisbohren, falls was schief geht oder sowas. Wenn ihr es aber schafft, das Monster direkt auf den Boden zu legen, könnt ihr halt mit Raubtier schön schön draufkleppern. Und natürlich, warum entscheide ich mich hier, Raubtier drin zu haben? Weil ihr so halt auch ein bisschen üben müsst. Ihr habt zwar Raubtier drin, ich sag mal so, ihr wollt nicht getroffen werden, aber wenn ihr getroffen werdet, zündet halt eben Eisbohren. Der Effekt von Eisbohren, ihr könnt euch gegenheilen und der Run ist eine direkte Effekt und kaputt. So könnt ihr es halt ein bisschen üben, sag ich mal, bevor ihr wirklich die komplette Full-Damage-Variante fährt aus dem letzten Part. Wenn ihr sagt, nee, das ist ja Quatsch, ich will Eisgeboren spielen und ich will auch getroffen werden und so weiter, könntet ihr es folgendermaßen machen, mit folgendem Bild, auch wieder mit Vernunftsprüfung, mit Katalysatorzelle. Diese Zelle hier ist frei, merkt euch die als Platzhalter, könnt ihr was auch immer reinmachen. Mächtiger Landbrecher, erweitertes Magazin Stalkerspreis, dann wieder Schattensicht mit Disziplin, borealische Entschlossenheit mit Eisgeburt, Torgadorus-Muskeln mit Überwältigung, Borealer Marsch mit Zelle der wilden Raserei und die Laterne ist eigentlich auch wieder frei wählbar. Entweder Drask-Auge, um viel Anfangsschaden zu machen oder Shrikes-Laterne, um die Geschwindigkeit wieder schön hochzuholen. Das ist, sag ich mal, euch überlassen und auch wieder mit der Katalysatorzelle. Dann habt ihr folgende Werte, 6er Eisgeboren, 6er Katalysator, 6er Überwältigung, 6er wilde Raserei, 6er Wut, 3er Disziplin und eben Raubtier, habe ich ja gesagt, denkt es euch weg. Ich habe es jetzt mal so drin gelassen. Ihr könnt dort K.O. reinsetzen, ihr könnt Krit voll hochsetzen, ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Also Disziplin auf 6 setzen, ihr könnt, wie gesagt, K.O. König mitholen, um mehr Betäubungsschaden zu machen. Ist bestimmt auch witzig, wenn vier Leute so spielen mit Shrikes-Laterne und da schön reinbrettern, alle mit Knockout-König plus 3 noch drin, dann ist halt Raubtier weg. Ja, okay, aber wenn das Monster dann einmal auf dem Boden liegt, ist halt absolut Feierabend. Wir gucken uns das noch an, wie stark das Ganze ist. Machen wir einfach mal hier eine Verfolgung gegen Brand-Behemoth. Hier, heroischer Firebrand-Shirrock habe ich eben schon ein paar Mal gemacht. Ja, und das geht wirklich wunderbar, muss ich sagen. Also absolut easy. Man muss im Prinzip nichts beachten. Es ist alles total einfach, logischerweise. Wie ich schon sagte, ihr könnt natürlich da wunderschöne Builds euch noch draus bauen. Ihr könnt sagen, okay, wie ich schon erwähnt habe, hier mit dem Raubtier-Bild, ich will ein bisschen üben, ich will besser werden. Ich will, dass Raubtier möglichst oft am Start ist. Im Verhältnis zu dem Part von gestern verliert ihr nur Leitung in Anführungszeichen. Also ihr werdet etwas langsamer, seid aber immer noch schnell genug, meines Erachtens. Und könnt das natürlich über die Gruppe oder sowas auch noch bekommen. Hier habt ihr dann Leitung raus, habt dann Raubtier stattdessen mit drin. Und hier habt ihr halt die Möglichkeit, Raubtier komplett rauszunehmen. Und könnt dann, was auch immer, mit Plus 3 noch mitnehmen. K.O. und so weiter. Wie ich schon sagte, finde ich eigentlich sehr schöne Varianten. Und dann könnt ihr halt einfach gucken, was gefällt euch am besten. Und dementsprechend dann halt eben zocken. Und Wutjäger könnt ihr zum Beispiel noch mitnehmen. K.O. würde ich empfehlen. Ihr raubt hier Plus 3, kann man auch machen. Ist okay, wie ich es jetzt hier drin habe. Ihr könnt K.O. mit Plus 3 mitnehmen. Habe ich das nicht schon gesagt? Disziplin. Ja, Gerissenheit ist dann wohl eher Quatsch. Dann eher Disziplin mitnehmen. Was hätten wir noch? Selbst ein Berserker Plus 3 könntet ihr rein theoretisch mitnehmen. Aber das stackt natürlich beim Hammer nicht so schön. Wobei ich das auch mal wieder testen müsste. Ob das nicht vielleicht doch auch ein bisschen was bringt. Ja, und so weiter und so fort. Ihr habt da einfach verschiedenste Möglichkeiten. Seid da absolut flexibel mit dem Bild. Klar, durch diese prismatischen Zellen könnt ihr da immer ein bisschen umstellen. Gucken wir mal, wo dieser Sherwock sich befindet auf der Karte. Ich sammle jetzt mal nichts ein. Solltet ihr natürlich im Bestfall nicht so machen. Hier immer schön die Omni-Steine mitnehmen. Auch hier oben sind es glaube ich Omni-Steine, die hier oben liegen. Oder diese anderen Steine da. Keine Ahnung. Jo, Shrikes Laterne könnt ihr natürlich auch wunderbar mitnehmen. Finde ich immer ganz gut. Ist einfach ein bisschen schneller. Bewegungsgeschwindigkeit und auch die Angriffsgeschwindigkeit ist höher. Und das mit mehreren Hämmern macht das natürlich auch wieder was aus. Und Laune und kloppt richtig rein. Ganz klar. Könnte ich vielleicht auch mal ein Video dazu machen. Wieder so vier Hämmern mit so einem ähnlichen Bild da. Sag ich mal da. Den kaputt hämmern. Und da seht ihr es schon. Jetzt haben wir wieder ein bisschen zu viel geschnackt. Ich bin wieder abgelenkt. Und mache wieder irgendeinen Blödsinn. Wie immer. Wie soll es auch anders sein. Jo, es fängt schon super an. Ich mache alles falsch, was man nur irgendwie falsch machen kann. Und werde wahrscheinlich jetzt gehirrtet. Ne. Super. Wunderbar. Ja, das ging doch noch. Das ging doch noch absolut klar. Ja, und das meine ich halt. So könnt ihr dann rein theoretisch einfach ein bisschen üben. Zu sagen, okay. Ich werde vielleicht, wie gesagt, mit dem anderen Bild noch zu oft getroffen. Und so klappt das dann eigentlich auch wunderbar. So, jetzt ist natürlich mein Raubtier-Effekt weg. Und er mäht mich hier einfach nieder. Und das könnte halt mit einem Full-Damage-Bild hier schon ein bisschen kritisch werden. So langsam. Also hat er mich schon ein paar Mal zu oft getroffen. Wie man sieht. Aber ihr seht. Absolut genial. Ich spiele es raulich. Es ist klar. Wieder die Konsolen an sich, die mich absolut ankotzen. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. Wie dumm ich das finde, dass man da so weg ist vom Charakter. Aber, jo. Macht absolut Laune. Ich kann mir vorstellen, dass ich so ein ähnliches Bild da mal speichere. Und da öfters zocken werde. Warum nicht? Ihr seht es auch vom Nachladen, vom Hammer mache ich das jetzt grausam schlecht. Jetzt bleibe ich einfach mal ein bisschen stehen. Nutze das Eisbohren aus. Warum nicht? Und jetzt dürfte auch gleich schon Feierabend sein. Ihr seht, wie oft ich den auch genockt habe. Auch dafür ist es gut, falls ihr noch irgendwie die Nocks sammeln müsst bei einigen Monstern. Absolut easy. Und das war's. Also auch in der Gruppe spielbar. Mit Laternen. Anderer Laterne spielbar. Absolut genial. Macht richtig Laune. Hat richtig Bock gemacht. Ich habe jetzt heute Abend ein bisschen Hammer gespielt. Das Bild, das ihr in der letzten Folge gesehen habt, was richtig reinbrettert, was richtig stark ist für Flawless Runs. Und selbst das hier könnt ihr für Flawless Runs benutzen. Und auch wenn Eisbohren drin ist und auch wenn es ein bisschen Quatsch ist, ist mir schon klar. Aber einfach um zu üben, falls der Flawless Run halt dann scheitert, dass ihr einfach da so abgesichert seid. Es macht euch dann Flawless Run natürlich auch ein bisschen schwieriger. Ist natürlich klar. Oder halt, wenn ihr einfach sagt, ich möchte mit Eisbohren spielen, wie schon tausendmal erwähnt. Ja, da wünsche ich euch viel Erfolg und viel Spaß mit dem Bild. Ich denke, damit ist es gut mit dem Trax Hammer Bild, sage ich mal. Und ich wünsche euch eine gute Jagd. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.